schauen wir doch mal hier rein 411 das bedeutet ich bin in den top 20 in top 5 prozent und kriege 20 diamanten wenn ich an der stelle bleibe 257 da kriege ich noch nichts was kann man hier machen skunk g13 haze ok alles klar ja gut alles alles kann man halt auch nicht haben ok zwei marshmallows fehlen noch die sind aber in arbeit nein ich will erst die nägel haben aber ich weiß dass ich gleich noch mal drei mal marshmallows produzieren muss dafür habe ich auch diese northern lights hier gepflanzt ich brauche auch noch mal butter na komm dann machen wir die gleich noch hinten dran muss ich hier noch mal zweimal kekse machen dafür brauche ich auch wieder butter oh man brutal ok ich bin so froh dass ich hier noch mal dass marshmallows so schnell gehen ja gut ich habe auch genug platz dann kann ich jetzt hier schon mal zwei gar nicht abschneiden und direkt nach pflanzen weil ich ja jetzt sehr viel auf gar nicht brauche so die nägel brauchen zählen mir auch ich brauche noch eine ich muss noch nach afghani abschneiden ok so geil geil jetzt können wir hier auch noch mal miete abstauben was war das jetzt habe ich jetzt frohes kusch nachts fest ok ich bin kurz davor bald im level zu steigen aber die nägel kriege ich ja zum glück noch haha ok ok genau butter ach so genau jetzt muss ich noch noch mehr marshmallows hinten dran hauen und muss auch noch northern lights habe ich noch ausgesät genau der kuchen da fehlt jetzt mehl und afghani afghani mehl kommt gerade afghani pflanze ich noch mehr nach weil ich will ja vorankommen gut die neuen lights sind gleich auch wieder fertig ja geil nee ich guck jetzt nach nix ich wollte gerade mal gucken ob ich vielleicht noch eine bodenplatte finde wobei mal eine ganz andere frage kann mir vielleicht irgendwer von den kaspern hier eine bodenplatte besorgen nur so eine dachpappe das ist einfach eine mission aber bringt mir nur so eine karre das bringt mir ein brett ja gut ja okay nein erst mal nicht ja da fehlt halt jetzt nur noch das mehl aber das ist ja jetzt jeden moment fertig mein grau rum sieht richtig schön bunt aus irgendwie ein bisschen wie eine lichterkette da fehlen jetzt noch ein paar andere farben so ein paar andere sorten noch und dann ist das echt bunt ja die vielleicht noch mit dazu und und so ne warte das ist falsch ich will kuchen machen mach den kuchen und dann brauche ich wieder marshmallows da kommen erst mal zwei hm ich muss jetzt einmal kekse machen und das voll zu kriegen und zweimal um das voll zu kriegen oh man einmal ist in arbeit fehlen also nur noch zweimal brauche ich also noch mal butter und genug kram dafür habe ich halt auch zusammengesucht glaube ich ja gut gleich können wir uns auch noch mal um die sorte hier kümmern das wird auch geil 2,75 was muss ich denn machen um da rein zu rutschen camdog g13 haze und skunk ja gut welcher gibt mehr punkte oh das ist falsch hier wollte ich gucken ja die g13 haze ist am besten zu gießen dafür zu gießen dafür okay dann nehmen wir die doch mal elf mal gießen das war vielleicht eine doofe idee ich weiß auch nicht wir werden sehen dann und dann wir werden in die